So Leute, da wollen wir mal gucken. Herzlich willkommen zu meinem 18. Part von Soap's Park. Let's play. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt sofort schon losstarte. Es liegt einfach daran, ich wollte unbedingt losstarten. Herzlich willkommen nochmal. Nein, ich wollte sofort losstarten und ohne irgendwie lang zu zögern, weitermachen. So, finde raus, ob die Jungs, blablabla, kehre zu Annie zurück. Habe ich schon, habe ich schon. Oh, Kanada. Der Prinz von Kanada lässt sich, Minister, nicht sehen, wenn du nicht vor... Was? Wenn du nicht vor den Bischof von, äh, tötest. Reiß den Bischof, blablabla. Okay, ich muss den Bischof erledigen. Habe ich den nicht im letzten Part schon erledigt? Na ja, mal gucken. Mal gucken. Okay. Ach, schön. Gut. Nein, ich will den Bischof erledigen. Habe ich jetzt... Düster-Aids. Was zum... So, jetzt bin ich ein bisschen angepisst, leicht, Leute. Ähm... So, dann brennt. Gut, dann was machen wir wieder? Magische Rakete. Fähigkeit. Brennende Wolke, Fluch. Cardman aktiviert ein V-Chip und schleudert ein Sturm auf Exerzett. Nee. Cardman zündet die Blähung. Genau. So, geht doch. Boah. Boah. Oh, Level 14. Gut. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich auch schon mal meinen Level 14. Das heißt, jetzt mache ich den letzten Upgrade hier. So, damit bin ich... Habe ich die schon mal durch. Das heißt, wenn ich den weiter level, dann mache ich das auch. Natürlich. Gut. Ähm... Ich habe den Bischof tatsächlich noch nicht erledigt. Gut, dann erledige ich den Mann, ne? Ähm... Doch, ich hatte ihn erledigt im letzten Part. Natürlich. Aber... Wie man ja weiß, bringt es mir nicht viel. So, Mahnertrang. So, fülle ich mal auf. Bringt es mir besonders nicht viel, weil er hat es im letzten Mal nicht gespeichert. So. Assassin! Okay, ich will erstmal meinen Storx hier weghaben. Heiltrank. Wieso bin ich immer noch so kaputt? Ich habe immer noch Aids. Gut. Dann wollen wir mal gucken hier. Äh... Äh... Exekutieren. So. Lootet mal zwei. Das ist gut. Ich habe doch was gegen Aids, oder nicht? Äh... Tweak, Ross, dunkle Rüstung. Äh... Da-da. Mana-Trank. Kloppen-Scheiße. Ich habe tatsächlich nichts dagegen, ey. Na gut. Dann muss ich wohl mit dem Aids legen. Der Fluch. Gut. Und los, come on, los, los, los. Zack. Geht doch. Gut. Jetzt aber. Ja, geht doch. Magische Rakete. Ach so. Gut. Dann wollen wir mal hier weiter gucken. Brennende Wolke. Komm schon. Und los, forz dich durch, man. Yes. Ja, hat nicht viel abgezogen. Gut. Dann wollen wir mal weiter gucken hier. Dann kriegt der jetzt sofort das... Ach, er hat ein Schild noch dazu. Hm. Doof. Ja gut. Dann wechseln wir mal den Charakter. Ja. Spitzenmäßig, Leute. Na, leck mich im Arsch. Mach Trunk. Was haben wir denn hier noch? Was kann ich denn noch? Exekutieren? Ah, hier exekutieren wir die mal. Geht doch. Komm, Butters. Zeig mal jetzt, was du kannst. Chaosmantel. Gut, wir haben ein Schild. Und durch seine Blutung erlag er. Okay, okay, okay. Okay, okay, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these diapig-testicles and tell the prince they're mine. Düster Schwein-Testicle. Nee, Bischof fertig machen. Spetze. Düster Zepter. Den haben wir jetzt auch erledigt, hier erstmal. Banff-Canadien sind ziemlich religiös. Habe ich jetzt alles erledigt? Wie erledige ich das, dass ich die Tür öffne? Gut, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch? Äh, habe ich hier noch irgendwas? Nö. Gut. Abgesehen vom Ball auch nichts mehr. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Äh, Barbaren und... Ja. Holländer Bart. Na, das wollen wir jetzt nicht, ne? Ah, aber ich will die Tür öffnen. So. Wie ein altes Rollenspiel von damals. Diskus des... Was? Des Blutens. Oh Gott. Waldläufer. Spetze. Eine Waffe. Dann wollen wir jetzt auch nochmal die Waffe gucken. Oha. Ja. Geht doch. Ändern. Was haben wir denn hier noch? Das haben wir noch neu bekommen. Hier. Fügt den perfekten Angriff von der Froschschaden hinzu. Das gefällt mir. So, jetzt gehen wir weiter, ne? Gell? Ist da jetzt nicht, was mich interessieren würde. Ist hier nicht jetzt noch ein Laden? Tatsächlich. Verbrauchsgüter. Das ist mir wichtig, nämlich. Gesundheitstrank groß. Einmal. Ja, ja. Heiltrank. Aber ich hab... Ach, das ist ein kanadische Dolle. Ach, du Scheiße. Ähm. Okay. Scheiß drauf. Dann hab ich halt Aids. Ich lebe damit. So. Oh, Krankenstation. Hab ich jetzt ne Heilung? Oh, ich hab keine Aids mehr. Seher? Ah, keine Aids. Alles klar. Super. Nee, mir gefällt's halt. Das ist echt ne schöne Stimmung. Ich hoffe mal, ich komm echt heute weit. Ich hab keine Aids. Ist die da? Did you kill him? Yay, die Bishop's vows. No, Religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the Minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the Bishop and the Minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh. You. Shh. You must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the Katakombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Super. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Brief der Prinzessin. Gut. Ich muss nach Vancouver. So, was haben wir hier alles? Ähm. Okay. Okay. Was auch immer mir das gebracht hat, ich hab keine Ahnung. Mal sehen weiter. Aber warte, warte, warte. Ach, das ist so schön herrlich hier gemacht. Ja, da geh ich hier durch, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber Ottawa ist klar. Eine Lied von der Prinzessin. Was die? Warum, insofern hat der Prinzessin etwas zu tun mit dem Bischofs-Mörder. Und hat den Minister in der Präsentation nicht verletzt. Young man, if you wish to brave the Katakombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the south-east of town. Only they could train you in such sorcery. Spricht mit dem München. So. Jetzt hab ich die Quest jetzt nicht gerade mitgekriegt. Äh. Suche die mysteriösen Mönche im südöstlichen Vancouver auf. Da war ich doch schon. Also muss ich hier rüber. Ach. Ahaha. Leute, wer ist das? Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terrence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. What is the sound of one anus farting? Now you know. Who are you? Who are you? Who are you? What is the sound of one anus farting? Now you know. Who are you? Who are you? Huh. What is the sound of one anus farting? Now you know. Kanadische Edelsteine. Terrence and Phillip. Super. What is the sound of one anus farting? Now you know. What is the sound of one anus farting? Now you know. Who are you? Gut, soll ich jetzt irgendwie... Habe ich jetzt irgendwas, was ich machen kann hier? Maybe you should see a doctor. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Was ist der Sound von einem anus farting? Jetzt wissen Sie! Okay, das sind die wohl nicht. Oh, da täusche ich mich jetzt. Ich habe einen Doktor von McGill geschrieben. Südöstlich wäre das einzige, was ich als südöstlich bezeichnen kann. Entweder bin ich jetzt blöd. Ich bin auch jetzt nicht mehr gekommen. Ich bin jetzt nicht dumm. Sorry. Wende den Drachenschrei bei Philipp an. Ich sage dazu mal nichts, Leute. Ich sage dazu mal nichts. Verspendete Zeit. Na ja, was wollen wir machen? Dann zeige ich mal, wie man richtig forzt. Was ist der Sound von einem anus farting? Komm her! Du weißt! Du weißt! Ach! Jetzt muss ich nämlich der verstohlene Kreecher So, ja, komm! Ja, hab ich doch. Oder was wollten wir jetzt? Furzgranate? Ah, jetzt kommt nämlich Verstohlene Kreecher. So, wie war er aus. Aber was heißt er hat und wir sie haben davon. Was ist das. Ich hab mich zu schwos. Und so. Verstehlich. Er ist zerrekt. Ja, sich da auf den Weg zu panisch sein. Ich hab dich was verlangt. Aber das ist das. Ja, ich hab dich zu zählen. In der Zeit Zeit für diese Sägele Natalie. Ehe he he he. Aber jetzt musst du lernen, dass du deine Anusmussele kontrollierst in der richtige Weise, um die Frequenz zu verändern. Einige Objekte sind zu groß, um die Magik zu verabschieden. Aber jetzt werde ich es mit... Nagasaki! Nagasaki? Matrixier! Das ist es! Jetzt lass uns sehen, wie Nagasaki funktioniert im Kampf! Diese drei Pedophilien aus Alberta werden mit dir mit dir, ohne dass du sie mit einem Weg verabschiedst. Nagasaki! Das ist es! Du hast die Macht! Du hast es geschafft! Jetzt geh raus und du deinen Anus für die guten Menschheit! Und niemals, niemals auf einem Mannsbaus! Super! Spilzenmäßig, Leute! Spilzenmäßig! Jetzt beherrsche ich sogar... Nagasaki! Wauw, wauw! Wauw! I accept your salute. 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 und ich vor sie noch ist idiot barbarnhelm ja ja accesses fleisch aus ux ist der fleisch aus schlechter Und ich, Idiot, versuche, diese Watt zu forzen. Statt einfach mal... Aber in der Kanonisation, wenn man sich noch daran erinnert, aus dem alten Let's Play Part. Ja, komm. Aus dem alten Let's Play Part. Gibt es hier eine Kanonisation? Spitze. Da gab es nämlich einen Geheimgang, den konnte ich... Was heißt eigentlich, wo Ort, den konnte ich nicht besuchen. Ich glaube, jetzt geht's. So. Spitzenmäßig. Ja, komm. Jetzt aber geht's hier rund. Wow. Laserauge. Ich bitte euch. Oh, Mann, ey. So. Alle erledigt. Spitzenmäßig. Jetzt gehen wir mal da rein. Ich hab Aids. Wie krieg... Er wird nicht mal hier angezeigt. Wie krieg ich Aids weg? Je näher du kommst, ist schneller wackelt das Objekt. Wenn du die richtige Frequenz triffst, wackelt auf dein Bildschirm. Halte eher an diesem Punkt, bis das Objekt zerstört ist. Was ist jetzt also ein Oder? Was ist in der ersten Zeit? Was ist in der ersten Zeit? Wo ist alles? Okay. Wenn du, was warst, ist es? Ja, sag du. Ah. Butters, es tut mir leid. Ich wechsle mal den Charakter. Ich mag Cartman nicht. Aber er ist mir wirklich hilfreich. Besonders wegen dem Punkt. Ach komm, ich beschwöre das mal. Es nervt es mich ab und... Du hast ja gar nichts gemacht. Du hast ja gar nichts gemacht. Du hast ja gar nichts gemacht. So. Okay. Kanadischer Schatz. Bei Bahnrüstung. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt das. Das ist noch in Level 7. Du erhältst Fähigkeit erhöht, wenn du unter 15 TP bist. Fügt 70 Rüstung hinzu. Hässliches Teil. Naja. Ich bin Liban. Ich bin Liban. Oh. Du brauchst eine Schraubung? Okay. Ich bin Schraubung. 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 Mensch, meine Freunde. Du bist ein wahrer Held Kanadas. Was habe ich jetzt erledigt? Was habe ich jetzt gemacht? Bring die... Achso, Übersetzung. Du kommst dann zu Amy zurück. Okay. Jetzt heißt sie wieder zurückgehen. Cool. Nach wie vor der Prinzessin. Habe ich doch schon gelesen. Alles klar. Cool. Gefällt mir. Raus aus Kanada. Ich habe ja nichts gegen Kanada. Ich habe ja nichts gegen Kanada. Gegen jede Stunde. Neue Stücke. Wird jeder Stunde? Ähm... Ähm... Was habe ich denn unter Karte? Naja, viel zum Walde. habe ich keine Lust zu. Spitzmäßig. Wichtel, bla bla bla. So, ist das mit Annie? Genau. Dann wollen wir mal gucken. Genau. Dann machen wir mal hier. Spitzmäßig. Ich kann aber noch mal... Leute, es tut mir leid, aber ich muss einmal ganz kurz hier zurück. Ich habe doch jetzt diesen heftigen Quietschen. Nein. So. Wollen wir mal gucken. Ich mag Katten wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das ist einfach, der ist nervig. Finde ich persönlich. dass ich dann vielleicht bin. Ich weiß nicht, Da geht es nicht weiter. Wo ist denn das? Boah, ich muss mal... Ja, ja, ich hasse dich auch. Dieses Monster, wo ist dieses Monster? Ah! Get off! Get off! Spitze! Spitze! Kramm-Helm, Kramm-Panzer, Kramm-Scheren, Qualle! Fügt 100 Rüstungen zu. Sieht sehr albern aus. Hahaha, ist egal. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, oder? Jetzt schnell wieder raus. Und jetzt zu den Mädchen. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin da. Wo sind die Mädchen? Ach du Scheiße. Okay. Okay. So, da ist das Alienschiff. Da wollen wir nicht hin. Post Office. Seht ihr, Leute? Es lohnt sich manchmal wirklich mal einen kleinen Abstich. Gut, dass ich mich jetzt mal an. Gut, dass ich mich nicht aufeinandert habe. Ready to go back? The girls are ready to see you. Sieht ein bisschen tuckig aus mit meinen Klamotten. Sieht? Right here it says that five women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3.30pm. Das ist Heidi's mom. So Heidi Turner war die Two-Faced-Bich. Die evidence ist irrefutable. Danke, New Kid. Wir wissen jetzt, Heidi Turner, all along, was spreadiert die rumors. Freak'n whor. Two-Faced buttrag. Fuck Heidi Turner und ihr fucking Two-Faced-Ass. Aber Heidi ist wirklich sorry, so wir entscheiden zu forgive ihr. Ich liebe euch so viel. Wir liebe euch auch, Heidi. Yay! Ihr serviert uns gut, New Kid. So ihr habt unsere Services. Tell the boys, wir spielen ihren Spiel. Sparkle. Sunshine. Nein. Jetzt geht's los hier, Leute. Zack, zack, zack. Freunde. Ich hab die alle rekrutiert. Ist das nicht geil? Kehre mit den Rekrutendrucken zu Kai zurück. Wollen wir mal zu Kai zurück? Oh, sieht das tuckig aus, ey. Es tut mir leid. Oh, super, wo ich rausgekommen bin. Nein, es tut mir leid, Leute. Ich krieg's nicht geschissen. Äh, nee. Das würde nicht in meinen Kopf rein. Hab ich noch irgendwas hier drin? Nein. Dann nehm ich doch lieber das mit den Bärmbaren auf mich. Ich krieg's nicht. Ehrlich, das sieht doch wirklich übels aus. Ja, komm. So, wo ist denn Kai? Ach, da. Und ich bin hier oben. Und ich bin hier oben. Ja, gut. Dann geh ich einfach mal nach den Süden, ne? In den Gän Süden. Ja. Tis. Sein. Kyle. Ich kehre zurück. Mein jüdischer. Oh Gott, nerv dich ab. Gibt's neue Waffen, Rüstung, irgendwas? Nein, leider nicht. Was soll ich davon halten? 2. onaht Take eu for quite a while, we are not elves and humans. Today we fight as one. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Jaaa! Lass uns die Arme der Dunkelheit mit den Gehäuern von Drakern! Lass uns die Dunkelheit mit den Sorgen und Sorgen! Lass uns unsere Schilder und mit Photon Torpedos auf die Klingons vaporieren! Kevin, Gott verdammt! Every fucking time, Kevin! Gott verdammt! Seriously! Arme der Dunkelheit! Komm herr! Ready! Hand! Let's get up there! Klad! We're coming for you, Klad! Ow! I'm hit! They... they tore my costume! I worked really hard on it! You sons of bitches are gonna get what's coming to you! Foolish mortal! What? Is there anything you can do? Come on! Let's tear these jerks a new asshole! Only a Paladin can help you here, douchebag! We're your darkest fear! Only a Paladin can help you here, douchebag! That's right! You're the only one that's coming! The only one that's coming! Okay! You need to take the tower from the inside! I and the pirates are gonna scale it from the outside! So, Leute, ähm. Irgendwas hier kaputt machen. Da passiert nichts. Ah. Da ist die Elendsonde. Nichtsdestotrotz, Leute, ich höre jetzt auf. Ich weiß, die Zeit ist noch nicht reif. Die eine Minute, zwei Minuten. Vielleicht, wenn man Glück hat, und wenn man Glück hat, wird es im nächsten Part dann endlich aufgelöst und es ist zu Ende dann. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich beende das mal ganz schnell hier. Es reicht auch, das reicht wirklich. Nee, ähm, falls es wirklich jetzt nicht zu lange in die Länge zieht, vielleicht hat man Glück, der nächste Part ist dann zu Ende und dann war es das auch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht freuen wir uns und es geht noch weiter. Gut, würde mich auch freuen, natürlich. So, Leute, dann sehen wir uns ja im nächsten Part dann wieder. Part 19. Mitten 19. Dann ist es ja. Wenn es dann wieder heißt, Let's play. Schuss, Hausmann, gestart der Wahrheit. Bis dahin, Leute. Halte die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschö.